Wir möchten euch einen kleinen Einblick in unseren Urlaub geben, auf Mallorca. Die Finca Cabriol liegt direkt am Meer, wie man hier sieht. Es ist wunderschön hier, ganz ruhig, Naturschutzgebiet. Es sind noch zwei, drei andere Finkas nebendran. Das waren früher mal Fischerhäuschen. Und jetzt zeigen wir euch kurz unsere Finca. Hier auf der linken Seite befindet sich eine kleine Küchezeile. Mit dem nötigsten, was man so braucht, zum Kochen, Frühstücken. Auf der rechten Seite ist ein Doppelbett. Schön gemütlich. Und links daneben das kleine schnuppige Bad mit Dusche, mit WC. Und hier geht es raus auf die wunderschöne Terrasse. Mit direktem Blick aufs Meer. Und direkten Meerzugang. Das Wasser ist wunderschön. Allerdings empfiehlt man hier mit Badeschuhen reinzugehen, weil es etwas felsig ist. So, wir hoffen, Sie kommen auch mal hier vorbei. Viel Spaß. Tschüss. Finca Jorca. Urlaub dir was. Du, 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 du